hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die hacken nach dem ticket und heute euer spiel star conflict heroes ich werde es mal starten ich habe auch meinen alten account wieder gefunden am unterladen ich habe das ja sowieso nur einmal gespielt also ich glaube soweit bin ich da gar nicht level 4 ok Okay. Da, auf. Post ein Sternchen haben wir noch einen Container Schiff Bauplan Bauplan und Erze dann nehmen wir jetzt den Container da ist bestimmt ein Schiff drin Nein, nur Baupläne Schade Das 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 ist meine Tagesqueste Ok Na gut, fangen wir jetzt mit der Tagesqueste an Oh Da Da Erkunden schließe Mission ab von Episode 1 von Episode 1 Ok Einfach weiter weiter Aufstufen R 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 Was kann ich denn hier noch machen? R 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 Und... Hä? Achso. Ok. Der muss erstmal auf Level 3 gehen. Die anderen sind auch Level 3. So. Ah, jetzt habe ich auch keine mehr. Hat ja gepasst. Da steht noch immer mit aufrüsten. Was kann ich denn hier noch aufrüsten? Ah, hier ist noch ein Pfeil. Ja. Und dann bestimmt auch dort, oder? Na. Da drauf drücken. Ja. Das war's. Gut. Das war's. Gut. Das war's. Das war's. Jetzt habe ich ja einen Tank. Den hab ich ja grad voll neu dazu gekriegt. Ich glaub besser, wenn ich den mitnehme. Den kann ich jetzt nicht mehr aufstufen. Ich hab keine... Mana mehr. Äh, Mana. Keine EP-Punkte, oder wie das heißt. Autofight. Autofight. Ah, er ist... ist nicht rum basiert. Also... muss immer schnell drücken. ein Schiff von mir ist zerstört worden. Ah. Ah. Zwei Sterne nur. Ok. 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 Oh, das war scheiße. Was ist das hier? 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 Wow, cool. Keine Punkte mehr. Nur noch zwei. Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Jawohl, drei Sterne. Oh, kein Plus. Was ist das hier? 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 Wie stark ist der? Was ist das hier? Was ist das hier? Okay, sind nach Stärke sortiert. Der muss ein bisschen stärker werden. Und der auch, wenn die mal mitfahren wollen. Mitfahren, mitfliegen. Wie auch immer. Wie auch immer. Wie auch immer. Wie auch immer. Okay. Ach, er ist schon maximal gewesen. Das geht auch nicht. Dann kämpfen wir mal. Weiter. Ach, jetzt soll ich da nicht mehr kämpfen. Das so herumfliegen macht Spaß. Hm, hm. Weiter. Kämpfen. Ich nehme mich zuerst. Boah, er ist fast tot. Boah, er ist tot. Kaputt. Perfekt. Immer nur drei. Ich möchte mal viel haben. Ach, ich habe das. Ich habe das. Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Das war's für heute. 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 Genau. So, das war Nummer 1. Wie viele waren das? Drei Stück, glaube ich. Drei Stück, glaube ich. Zupi. Drei Stück, glaube ich. Drei Stück, glaube ich. Okay. Das waren jetzt... Ich habe nicht gewartet. Außer sieg gleich gedrückt. Egal. Das war jetzt... Drei... Ach, ich brauchte sechs Schwerer. Na gut, dann mach ich nochmal drei Schwerer hinterher. Schwerer. 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 Perfekt. Jetzt sind alle auch level fünf. Dann kann ich jetzt mal wieder die anderen aufleveln. Dann kann ich jetzt mal wiederholen. Und das war´s mit dir. Ich möchte mal viel kriegen, aber das will nicht so. Wie ich will. Go, go, go. Mein Schutzschild ist kaputt. Oh, daaaah. 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 1 so ähnlich wie ich aufgebaut ok und Nummer 3 so zb schließe 2 herausforderungen ab ok 2 übrig aber doch die erste gleich immer mit dem Tank anfangen na das schaffe ich die Woche die Welle die 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 Jetzt ist es aber dauernd. Herausforderung 1 abgeschlossen, ja das geht nicht, ich kann nur 1 machen, Schade. Herausforderung 2, so gut wie abgeschlossen auch. Schade, 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 schade. Super. Mixer 1 Gold. 30 Mal Gewinn in Arjen, hallo? Spende 1500. Hm, da muss ich noch warten. Was habe ich hier noch? Okay. Öffne 7 Truhen. Ne. Sieht schlecht aus. Was haben wir noch? Upgrade Schiff. Ich habe 10 Mal upgrade, ich muss 20 Mal upgrade. Okay. Da kann ich mein 1 Schiff, glaube ich, upgraden. Wo bekomme ich denn auf meine Schiffes? Schiffes. Schlotte da. Ah, den kann ich bestimmt upgraden. Ach, ich habe immer noch 6. Ne, ich habe doch mehr. Ich habe gerade 4 Mal mehr ausgerüstet, ich brauche noch einmal glaube ich. Ah, noch 3 Mal. 3 Mal noch. 3 Mal noch. Nein, das war nicht drohen. Da, abgehört. 6 Mal noch. Kein Problem, Mama. Jetzt ist er noch stärker geworden. Wow. Okay, wo ist mein Tank? Da ist er. Also noch 6 Stück. Dann machen wir den erstmal hoch. Und den Jäger. Oh. Ein Stern. Oder eine Spitze von einem Stern. Naja. Also ich muss jetzt warten 2 Minuten, bis ich wieder upgraden kann. Gut zu wissen. Schieße 3 Schere Mission ab. Ich habe doch gerade schon 3 abgeschlossen. Ach Mensch. Ich habe die ganze Zeit nur schwer gespielt. Naja, nicht die ganze Zeit aber. Ihr wisst was ich meine. Die ganze Zeit nur noch nicht. Ich schließe an. Schieße an. Die ganze Zeit sind wieder. Wie mache ich die Arme mit. Wim. Wie machen wir das? Das war's. 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 Das war's.